Diktate aus dem deutschen Schrifttum Albert Hensche Erntezeit Die Sonne strahlt vom stahlblauen Himmel. Die Getreidefelder liegen leuchtend und zur Ernte reif in der prallen Glut. Der schwere Bauernwagen holpert über die grasbewachsenen Feldwege dem Weizenacker zu. Links und rechts dehnt sich das fruchtbare Land. Obstbäume ragen aus dem mannshohen Korn. Blaue Kornblumen und roter Klatschmohn säumen den Weg. Auf dem Wagenbrett sitzt der Großknecht und knallt lustig mit der Peitsche, dass die draußen auf dem Felde sein Kommen schon von Weitem hören. Bringt er doch den Kaffee und das kräftige Roggenbrot auf dem langen Leiterwagen mit zur Stärkung nach harter Arbeit. Neben ihm sitzt ein kleiner Junge, ein Ferienkind aus der großen Stadt und baumelt mit den Beinen. Wie ist das herrlich, hier draußen in der freien Gotteswelt, weit fort von dem hastigen Treiben in der Stadt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!